Die wichtigsten Gründe für die Ablehnung einer Erwerbsminderungsrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. 50% aller beantragten Erwerbsminderungsrenten werden in Deutschland jedes Jahr abgelehnt. Das kann man aus den Statistiken der Deutschen Rentenversicherung nachlesen. Und wir haben in unserer Praxis mal herausgefiltert, was denn für uns oder bei uns nach unserer Berufserfahrung und Praxis die wichtigsten Gründe dafür sind, warum Erwerbsminderungsrenten eigentlich abgelehnt werden. Drei Gründe. Das Fehlen der versicherungsrechtlichen Voraussetzung. Der Antragsteller erfüllt schon eine Grundvoraussetzung nicht, dass er überhaupt die Erwerbsminderungsrente bekommen kann. Entweder er hat die 5 Jahre Versicherungszeit nicht nachgewiesen, Beitragszeit, oder er hat die 36 Kalendermonate Pflichtbeitragszeit in dem Zeitraum 5 Jahre vor dem Leistungsfall nicht. Und was wir auch sehr häufig beobachten in diesem Bereich ist, dass es aufgrund der Dauer des Antragsverfahrens oder Widerspruchs- und Klageverfahrens, die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen auf einmal dann nicht mehr da sind, die früher einmal gegeben waren. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Grund. Das ist die fehlende Mitwirkung. Das heißt also, der Antragsteller stellt einen Antrag auf eine Erwerbsminderungsrente und dann auf einmal macht er nicht mehr mit. Und das Problem für die Deutsche Rentenversicherung ist, was soll sie tun, wenn die Deutsche Rentenversicherung also die Antragsformulare nicht bekommt oder aber zum Beispiel Befundberichte nicht abgefordert werden vom Hausarzt oder vom Facharzt oder man nicht zum Gutachten geht. Und in unserer Praxis ist das so, das erfolgt nicht aus purer Absicht durch den Versicherten oder Antragsteller. Oftmals können die Leute einfach nicht mitwirken, weil sie aufgrund ihrer Erkrankung das nicht hinkriegen. Wir erleben das bei psychisch Kranken. Da wird auf einmal ein ganz, ganz einfaches Antragsformular, ich habe das jetzt mal nur so bildlich hier dargestellt, eine Riesenhürde. Und das sind genau die Probleme, die viele von unseren Versicherten auch haben, dass die einfach mit den Formularen, mit dem, was jetzt kommt, nicht klarkommen und dann den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott, das schaffe ich nicht, ich höre jetzt hier auf. Und der dritte Grund, das ist die Hauptursache der meisten Ablehnungen, ist, dass aus medizinischen Gründen feststeht, dass keine Erwerbsminderung vorliegt. Und wir brauchen, um eine volle Erwerbsminderungsrente zu bekommen, die Feststellung, dass der Betroffene auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr als drei Stunden kalendertäglich arbeiten kann, bezieht sich auf die Werkwoche, fünf Tage, oder aber für eine teilweise Erwerbsminderung drei bis unter fünf Stunden. Und hier ist genau das Problem, das ist immer der Knackpunkt, der Streitpunkt, wo wir auch immer gerne eingreifen. Es ist eine medizinische Sache. Das heißt also, die deutsche Rentenversicherung muss, um eine Erwerbsminderung festzustellen, ein Gutachten beauftragen. Bevor sie aber das Gutachten beauftragt, müssen Befundberichte abgefordert werden. Und genau hier beginnt schon das große Problem, dass viele der Betroffenen, der Antragsteller, gar nicht wissen, was ihr eigener Arzt in die Befundberichte reinschreibt. Und deshalb sagen wir immer, geht zu eurem Arzt, checkt vorher ab, liegt denn eigentlich aus seiner Sicht eine Erwerbsminderung vor? Und dann, wenn Sie das wissen, dann können Sie schon mal viel beruhigter in das Verfahren reingehen. Dann wissen Sie auch, dass der Arzt die Befundberichte genau so auch der deutschen Rentenversicherung übergibt, wie er es Ihnen vorher gesagt hat. Und das sind die drei Gründe, die aus unserer Sicht immer dazu führen, dass eine Erwerbsminderungsrente abgelehnt wird. Näheres zum Thema Erwerbsminderungsrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen eine Erwerbsminderung.